Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, auch dieser, auch in diesem Spiel musste ich jetzt zwei Tage pausieren, ungewollt, da mein Headset der Meinung war, nö, zock ich, also heute und morgen verarsche ich dich wieder Vollgas, boah, ah, ah, weil ich ein böses Headset bin, oh ja, und zwar das Mikro hat gezickt und zwar Vollgas und ich habe mir sogar ein zweites Headset jetzt gekauft, für den Fall, dass dieses jetzt englisch den Geist aufgibt, da ich eine gute Arbeitgeberin bin, habe ich meinem Headset nochmal eine Chance gegeben, habe nochmal alle Einstellungen überprüft und auf einmal, auf einmal ging's, einfach so, habe zwei Tage die Einstellungen geprüft, nix, gar nix, haut nix hin und heute, als dritter Tag, schalte ich mal das Ganze wieder ein, frustriert zwar ein bisschen und es geht, es geht, es haut hin, geht, kein Problem, geht, klappt. Bin mir absolut sicher, wenn du das einem mit TV-Techniker fragst, ja, wie kann das sein, der arme Kerl oder die arme Dame, kannst einem nicht immer mehr erklären. Was noch so ein Dingsviech? Boah, da haben wir echt Glück in dem Wald hier. Wer ist es denn? Ah, Frage-Antwort-Typi. Vielleicht können wir die jetzt hier fertig machen. Sie haben nur eine falsch gehabt. Showtime. Quiz Nummer 3. Meister Evon ist ein Zocker. Na, Gottes Willen. Angriff, warte, äh, rufen. Rabu wird alle treffen, okay. Na, dann Angriff. Na, falsch. Angriff, hoch, okay. Warte, ist nämlich ein Dichter. Ruf ich jetzt mal. Ja, Volltreffer, hurra! Dam, 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 bang, bang, bang. 1.000 Gild gewonnen. Supi. Trefferquote beträgt 66%. Hm, fast. Was, um fast. Würde ich gar nicht um fast geben. Das war's? Mehr jetzt? 1.000 Gild? Okay. 1.000 Gild. Jedenfalls, wenn wir den Kerl noch ein paar Mal besiegen, ich werde gleich hier im Mädchen bleiben, das gefällt mir sehr gut, auch zum Fähigkeiten lernen. Ähm, ähm, wenn wir den Kerl noch ein paar Mal klatschen, dann können wir gegen ihn kämpfen. Oh, normaler Kampf. Ist auch nicht schlimm. Und, ähm, umso mehr Fragen, die falsch beantwortet haben, und ich hoffe, ich nehm dir jetzt richtig, umso stärker wird der Kerl. Wir haben jetzt leider Gottes eine falsche Brachia nicht gewusst, es wurde prima. Mist, das Theaterschef, wo anders gebaut wurde, soll ich nicht gewusst. Ich bin echt gleich dafür. Hat er einen Angriff. Und, äh, rief noch gleich mal Graben. Graben. So, jetzt muss die Platte suchen. Ich hab's nicht gewusst. Es tut mir sehr leid, wirklich, ich hab's nicht gewusst. Nein, nein. Ha-ja! Jawohl, das war's ja schon. Sehr schön. Ja, Ability Up, und wo, 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 Lily hat Level Up bekommen. Super Vivi, ein Peritot. Und ein bisschen Gel erhalten. Tun wir gleich klubschen. Ob die gute Lili, äh, falsch, ob der gute Vivi, ähm, ob ihm wir was Neues ankleiden dürfen. Beim Seiden von Clyde. Na, nix da. Nix da. Nix da. Mitril-Armreif geht eh nicht besser. Na, nein. Magierhut geht auch nicht besser. Und Feuerstock ist dabei auch nix besser. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. So, wir gehen auf jeden Fall heute, äh, nur trainieren. Wir betreten noch kein anderes Gebiet, außer es ist unbedingt Not. Aber wir werden heute nur trainieren. Ich brauche die Level Ups. Wir werden jetzt langsam schmettig. Das kann ich nicht dulden. Nein, das geht nicht. Ich kann das nicht dulden. Jetzt bin ich auch am überlegen, ob ich vielleicht doch auf Richtung Wüste gehe, um den bewusst den Kaktus zu pullen, sag ich mal, zu triggern. Das wäre eigentlich eine Überlegenheit wert. Nein, nein, nein. Herr Donnero, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum alles interessiert. Wie kommt die Animation von damals? Nicht wenn dann nur der Angriff hier... Ganz ehrlich? Der kommt zufällig. Ich habe keine Ahnung, ob man vielleicht nach dem 10. Kampf oder so wieder da ist. Auf jeden Fall, die Animation ist nicht immer und es ist sehr, sehr traurig. Ich muss mal nachschauen, die man längst stellen kann, weil bei bestimmten Bestienz im Spiel, meine absolute persönliche Lieblingsbestien, kann ich mir das gar nicht oft genug anschauen. Ehrlich gesagt. Welche das ist, werdet ihr noch früh genug erfahren. Ui, Wüstenskorpion. Eine Karte, Perletot und ein bisschen Gild haben wir bekommen tun. Haben wir bekommen tun. Haben wir bekommen tun. Dann. Dann. Oh, oh. Oh, ein normaler Kampf. Okay. Ich weiß, das war nicht sonderlich spannend, aber... Äh, ich werde jetzt eh gleich zur Wüste rausgehen. Und versuchen, ein paar Kakteen umzuhauen. Das hört sich so komisch an, aber ja. Es ist einfach so. Lilly, ich glaube, du wirst einmal ein bisschen Heiden anfangen. Denken Sie da nicht zum Beispiel. Die anderen, die Burschen, hauen den schon weg. Was für Sorge haben. Ja, freilich. Jetzt kommt noch die Pizza. Ich hoffe, ich werde jetzt die Pizza. Ich hoffe, ich werde jetzt die Pizza. Ich hoffe, ich werde jetzt die Pizza. Ich werde jetzt die Pizza. Über 1000. Nicht schlecht, ja. Zitane. Nicht schlecht. Sehr gut. Ui, Seelenwandlung. Und, und Vivi hat auch was ernährt. Sehr gut. Können wir gleich nachklubschen, ob Zitane, ob wir ihm was Neues geben können. Und ja, da grinst er ganz verschmitzt. Ah, nein. Seelenwanderung. Das war das da. Na. Da geht aber noch nichts. Liebes Wiebelein. Wie schaut es bei dir aus? 11 Uhr, wahrscheinlich da war es dabei. Thermometer war es wahrscheinlich. Da braucht er noch ein bisschen. Oh, gar nicht. Da braucht er noch ein bisschen. Ein bisschen. So. Gehen wir hier raus. Hallo, lieber Kaktus. Warte mal. Ich sollte mich vielleicht gegen heilen. Gegen heilen. Mal rauf. Rauf und runter heilen tun wir uns jetzt. Da. Wieder. Das passt jetzt so. Ja, ja, ja. Gut, wir nehmen gleich noch so guten Rat. Und da war es fressen. Und feuer. Und das auch. So. Hm, okay. Blitzattacken sind nicht sonderlich effektiv bei dem Viech. Ich bin ja. Ich bin schon mal anfangen. Ich bin schon nem gefressen. Ich bin jetzt gerade total unschlüssig. Ob man ihn fressen soll. Und so. Ich meine, jetzt geht es nicht mehr zu so gut durch, aber beim nächsten Mal... Oh mein Gott, haben wir denn gefressen? Ich glaube nicht, ne? Wup, 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 wup! Queen hat Level abbekommen. Super, einmal Äther. Und ein bisschen Gill. Ähm, ich denke mal, wir gehen kurz mal zelten. Bitte einmal zelten. Äh, bin ich müde. Äh, was? Schon wieder aufstehen? Nennt der Ernst, oder? Ja. Ich gehe den Morgen mal ganz gemütlich an. Ich will nur mal speichern, damit das klar ist, ja? Nur keine Hektik. Ja? So. Okay, jetzt noch eine Tasse Kaffee. Äh, was? Hallo? Naja, die Gastwirte von heute, ne? Nur eine Schlafmöglichkeit anbieten. Kein Frühstück. Nichts. Wie gemein. Das war natürlich ein Scherz. Liebe Gastwirte, das war ein Scherz. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, so ein Frühstück am Morgen ist es schon, ich bin eigentlich nicht der Frühstücksesser. Und ehrlich gesagt, ich, ich esse am liebsten wirklich spät. Das Essen wirklich spät am Tag. Und, ähm, also da muss ich schon, so optimalerweise, wenn es so zwischen 9 und 10 Uhr morgens ist, da kann ich eigentlich schon recht gut frühstücken. Dafür würde ich gerne lieber später Mittagessen, später Abendessen, ne? So. Das Rad dreht sich halt noch ein bisschen, ein paar Stunden anders an. Aber ganz ehrlich, wenn ich so richtig Bock auf ein Frühstück habe, so eine leckere, köstliche Semmel oder ein Stück Rot oder Kornspitz, was weiß ich, boah, das ist ja schon was Feines. Fressen, genau. Und, geht das weiter? Es muss schwächer werden. Nicht der Ernst. Nicht der Ernst, das, oder? Hm? Hm? Gut, die Heilo hätte ich mir jetzt da schenken können. Aha. Gibt's gleich wieder eine Auto-Potion? Jawohl. Vivilein, du setzt jetzt nochmal bitte deine Magie ein. Ich hoffe, der geht jetzt zum Zuerst, der will es wissen. Wo schwächer werden jetzt? Hör auf. Ich will es wissen. Ich will es wissen, ob der jetzt, ob wir den schon, ob wir den schon, ob wir den schon gelernt haben, was der kann. Ob wir den schon verspeist haben, oder nicht. Das hört sich alles so falsch an, ich weiß, aber ja. Oh, oh. Ah, ja. Los, Kina. Du schaffst es kaum. Schön kaum. Ach, überhaupt nicht. Keine Ahnung, was besser ist. Ich bleib bei mir. Da soll ich dich das besser sagen. Oh, du !! Oh. Du bist einfach so. Natürlich, jetzt noch die Transomper. Freilich, was sie sonst tun. Und du fliechst. Ungenießbar, großartig. Schöne Zeitverschwendung. Hurra! Ja, gleich eine Lobeshymne auf die Zeitverschwendung. Wup, 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 wup. Sie hat einen Level abbekommen. Sehr schön. Einmal aufgetroffen, ein bisschen Gill. Gut, zack, nah, haben wir gekostet. Dann haben wir gekostet. Zumindest die Fähigkeit können wir schon, die er uns geben könnte, falls er haltens was hätte, und nicht vom Haus aus ungenießbar ist. Kann ja alles sein. Ah, ihr zwei Schilder. Ja, die können wir getrost weghauben. Ohne schlechten Gewissens. Nein! Dann können Sie den Weg wegwerfen. Sie haben sich schon wiederholfen, oder? Ich glaube, wir brauchen keine größere Schade. Das ist gut, der sich auch nicht aufgelistet. Ich hab die Frage über die Schade her. Das ist gut, dass es also nicht mehr so weit vergrüßt. aber wir müssen noch mehr so weit gehören. Wenn du bist, Jawohl, bravo, bravo. Gut gemacht, Mädchen. Yeah, wuh, 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 Lili und Vivi haben Level Up bekommen. Sehr schön. Echo Kraut und ein bisschen Gild sind unser. Jetzt bekommt... Hoppala, falsche Taste. Jetzt bekommt die gute Lili. Bekommt sie mal ihren Echer. Prost. Bastian und haben noch genügend Mana. Mana, jo, Mana. So, weiterlaufen. Ich glaube, ich muss bald niesen. Das kisselt schon so komisch in der Nase. Ich will aber nicht niesen. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Ich glaube, das ist ein Kaktus. Nein, das ist Kaktus. Ja. Da braucht man noch einer. Ich könnte sehen, ob der zu Trästen ist. Ich glaube, das hat die schon. Ob den Schlager nicht hieß. Und das war's für dir. Tschüss. Bravo, 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 meine Herrschaft. Gut gemacht. Yay, Vivi hat Level Up erlernt. Sehr schön. Wir werden mal gleich schauen, ob wir dem Guten was Neues ausrüsten können. Anlegen. Und zwar war das, glaube ich, hier. Ja, hier. Was, du bist komplett fertig? Dann kriegst du sowas. Oh, das ist ein bisschen schlechter von den Werten, aber da haben wir halt so viel. Dann kann das jemand anders noch haben, wenn's wer brauchen tut. Das ist ja blöd. Müsste ich vielleicht doch. Ja, im nächsten Part müssen wir auf jeden Fall ein Dörfchen uns suchen und anfinden, wo wir neues Ausrüstungsmaterial für uns kaufen können. Keine Lieder noch irgendwas. Ja, Vitra da noch. Ein bisschen kämpfen müssen wir noch. Ja, ja. War's schon so. La, la, la. La, 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 la. Erkunden wir halt inzwischen auch ein bisschen die Gegend, nicht wahr? Ja. Ja, und das Guild brauchen wir auch. Ist nicht so, dass wir nicht die Kohle brauchen würden. Die brauchen wir sowieso auch. Ja, ja. Schrei doch. Ui. Guck mal den Teil. Das schaut schon ungut aus. Das schaut mir jetzt gar nicht schon ungut aus. Ah, Aero. Sehr gut. Ah, okay. Quina kann's verfragen. Das ist gut. Das geht. Oh, das wäre echt ein hübscher Greif. Das wäre echt gut gefallen. Das wäre echt gut gefallen. Dann sind sie motiviert und arbeiten viel effizienter. Jawohl. Ich bin ein Peretot, Äther und ein Haufen Gil. Können wir mal dann den Edelstein Klunker da verkaufen. So, ja. So, ja. Und dann haben wir da. Und dann haben wir da. Jetzt haben wir einen Kaktus. Da war es nur einer. Das ist aber nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja nicht dein Ernst. Das ist ja gut. Und das ist ja auch nicht. Das ist ja nicht dein Ernst. Ich hätte gern wieder so ein süßes Monster, dass wir Billiardestein ihm geben können. Ja, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, Heidenzüge. Äh, Quina. Spin. Sehr gut. Jetzt raushauen. Ja, der nächste gleich. Aha, Himmelschwind. Ich dachte, ich wäre schnell genug, aber sind wir nicht. Ich glaube, das macht er sowieso. Jawohl. Das hat ihr fein gemacht. Die Waffe schaut so cool aus. Ja. Billi hat Blende erlernt. Super. Teddy tot und Gil erhalten. Sehr schön. Lillilein bekommt was Neues. Ah nein, die konnte gar nichts mehr anlegen dann. Oder vielleicht doch. Aber nein, aber doch. Aber nein, aber doch. Aber nein, aber doch. Ich glaube, es ist fertig. Na, stimmt nicht. Nein, ich bin zu doof. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, re, ta, ta. So. Ist gut? Passt. Dann kämpfen wir weiter. Um Fähigkeiten zu erlernen und um stärker zu werden. Da. 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 Da! Und du fitt. Ich. Ist jetzt drauf. Und jetzt jenseits. Da. Da. Gut meine gute lvee. Ähm. Ähm, so. So, wer fehlt? Oh je. Braucht sie da nicht etwa auch getroffen? Wow, der darf ich so zum Spaß verfehlen. Das ist so oft. Das kann sie nicht machen. Ich glaube, Quina muss kurz mal helfen. Ähm, und zwar mit... Was ist das? Boah, was war das jetzt gerade für ein Schaden? Kritisch mit 1512. Boah, ist doch gescheit. Ich glaube, Titania war gerade ein bisschen sauer. Jetzt set. Wup, 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 wup. Lili hat Level Up bekommen. Sehr schön. Perdi Tod und etwas Skill. Und eine Karte war, glaube ich, auch dabei. Verdammt, ich glaube, eine Waldkarte. Jetzt habe ich gerade übersehen. Sorry. Äh, wir brauchen einmal Ability. Und Ability für unsere... Ach, anlegen wir auch nicht schlecht. Sie hat ja schon wieder drei... Ui, 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 ui. Autoportion? Ja. Ist vielleicht gar nicht mal so unklug. Haben wir überhaupt noch welche? Das ist auch eine Frage. Auf jeden Fall hier einmal. Da einmal. Das passt. Und für unseren guten Vivi, der bekommt einmal Eta. Ich habe eh so viel von dem Graffel. So ist fein. Das lassen wir so. Das ist schön. Das ist schön. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Optimal wäre es ja optimal, wenn wir dem 25 gerne würdeln. Aber das geht sich heute sicher nicht mal aus. Ich habe immer diesen Rockenschlag. Oh. Vergiss es. Der zeigt nahe schon gut durch. Ich bin mir gerade voll unsicher, ob wir vorhin eine Karte bekommen haben. Ich mag die Musik so gern. Fällt wahrscheinlich gar nicht auf. Und die steht aus. So. So. Vorher. So. Ich werde jetzt einen Angriff. Was machen wir denn? Eingriff. das schlag wollte ich eigentlich nicht sagt ich freue mich sehr fein Ah, der Kaktus kommt nicht mehr. Yeah, wup, 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 zählt da ein Level abbekommen. Sehr schön. Nein, Level 25 schaffen auf keinen Fall. Nö, nö. So. Aber vielleicht geht es noch für hier und da jemanden aus. Optimal wäre es auch immer dies optimal. Klasse, super, speziell. Wenn jeder das Level ab hat, muss ich da mal nachschauen, nächsten Part. Ja, hier ist man wieder. Und wenn wir das allen geben, dann steigt das Level ab wirklich bemerkenswert schneller. Bemerkenswert. Und jetzt das Ganze erst mal einfach. Was? Schluss aus. Prima. Jetzt hat er knackhart und ein bisschen Geld haben wir bekommen. Weißt was? Ich schau gleich nach. Anlegen. Level ab. Puh, was tun wir weg? Götterspeise kommt jetzt was? Stein und Gips verhindern. Was haben wir da oben noch? Kannibale. Weihrauch. Und Tod. Das tun wir mal weg. Pestizid tun wir weg. Pestizid tun wir weg. Pestizid tun wir weg. Pestizid tun wir weg. Kannibale lassen wir auch mal. Was hat er jetzt? Sechse hat er. Kavalier möchte ich auch gerne eigentlich behalten. Dann würde ich sagen, tun wir den Kannibalen. Was? So. Wir haben den auch noch weg. Und dann gehen wir ihm Level ab. So. Der Guten. Dem Guten Vivi. Ich hoffe, er kann auch schon Level ab. Ja, kann er. Was kommt die Felsen fest? Und Fuß. Götterspeise. Ability ab. Boah, das hat auch so eine geile Fähigkeit. Schlaf verhindern. Boah, wird sagen, das kommt weg. Das kommt dabei weg. Und das wird genommen. Und das. Level ab kann Lili auch schon. Ability ab haben wir gegeben. Das ist sehr gut. Der gute Quina. Kannst du auch schon Level ab? Er kann noch kein Level ab. Mist. Ist aber vielleicht nicht so schlecht. Also, nicht ganz so schlimm. Das wollte ich sagen. Schlecht ist es schon, aber nicht schlimm. Kannst du Ability ab auch schon? Na, es ist kein Adrenalin. Hoppala. Ich wollte eigentlich so schauen. Wie in den Stopp. Und fallen. Fügt beim Klauen gleichzeitig Schaden zu. Aber das war aber auch nicht schlecht. Wir brauchen viel mehr Level ab. Sehe ich gerade. Und wenn wir das alles lernen wollen, ist es schrecklich. Passt schon so. So. Ui, der Part wird zu Ende. Weißt du was? Einen Ehrenkampf machen wir noch. Wenn jetzt ein Monster kommt. Einen Ehrenkampf. Den machen wir noch. Perfekt. Dann können die drei schon mal mit ihren Level-Ups voranbrechen. Ich werde gleich schauen, so wie wir kommen. Naja. Besser spät als überhaupt. Natürlich kommt Himmels mit. Jawohl. Gut gemacht, Queen. Wirklich gut gemacht. Ja, wup, 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 wup. Baby hat Devil abbekommen. Sie hat eine neue Fähigkeit gelernt. Super. Peritode und etwas Skill haben wir bekommen. Wir können jetzt noch schnell schauen wegen Umrüsten. Ob da irgendwas gehen tut. Okay, Elfenohrigen braucht noch ein bisschen. Ich glaube auch die Lily kann nichts mehr. Und die hat auch ihr Barett. Ja, ja. Schwina braucht wahrscheinlich auch noch. Oh, ja. Ui, die Missgari ist bald mal fertig. Das hört sich jetzt ganz komisch an. Ah, da hat er... Oh, da hat er noch viel zu lernen. Hallo. Da ist sein Level ab. Jetzt haben wir ihm auch sein Level ab. Warte, das muss man schnell Ability. Damit es schön gleich bleibt. Was kann jetzt eigentlich voll... Uppala. Was kann Vollmond? Charakter erreicht schneller die Trends. Den Trendzustand. Das ist wurscht. Das können wir dann aber wegtun. Auf Level ab können wir es dann eben. Wir haben jetzt noch drei Punkte frei. Was kannst du? Von Fußverhinter haben. Äh, Entschuldigung. Was kann das? Erhöht Preisgeld. Das wäre aber auch nicht schlecht. Ich werde den Auti tot mal kurz weg, oder? Ja. Nehmen wir Habgier ist besser. Viel mehr Kohle, was und mehr. Sehr gut. Perfekt. Dann holen wir unsere Liebe. Tun selten. Ausruhen. Schnarch. Und speichern noch schnell. Perfekt. Dann klatschen wir gleich wieder auf den Speicher. Auf den Punkt da drauf. Genau. Perfekt. Na gut, ihr Lieben. Ja, zwei Level-Ups noch gut gemacht. Ähm. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Musik.